Seit 2011 finden zweimal im Jahr Konzerte mit Schülern und Studenten, die an Dr. Hochs Konservatorium ausgebildet werden, in der historischen Villa Metzler Stadt. Die Villa gehört zum Museum für angewandte Kunst am Frankfurter Museumsufer. Epochenklänge heißt die Konzertreihe. Im November 2016 hieß das Konzert in der Villa die schönsten Seiten der Romantik. Ein besonders herzliches Willkommen an Frau Meike Kunstreik. Sie steht da noch in der Ecke an der Tür, aber Sie werden sie gleich von vorne sehen. Das schönste, was man in den Räumen dieses alten Hauses machen kann, ist Musik und dazu braucht es Musiker. Da sind wir in der glücklichen Lage dafür, eine Kooperation mit Dr. Hochs Konservatorium eingegangen zu sein. Liebe Frau Kunstreik, Ihr Name ist Programm. Ich freue mich an Sie übernehmen zu dürfen. Es ist ein besonderes Konzert, denn es spielen dieses Mal keine Studenten des Konservatoriums, sondern ganz bewusst die jüngsten und junge Solistinnen und Solisten aus der Abteilung für Nachwuchs und Erwachsenenbildung, Arne genannt. Und es erwartet Sie ein bunter Strauß romantischer Stücke von ganz unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. In meiner Klasse sind die Jüngsten um die fünf Jahre alt. Alle müssen viel Geduld mit sich und ihren Instrumenten haben. Das Streichinstrument braucht vor allem am Anfang besonders viel Zeit. Bis die ersten Töne so klingen, dass man nicht mehr die Ohren zu halten möchte, bis die Reinheit der Töne so ist, dass man annähernd erkennen kann, welche es sein soll. Insbesondere Eltern, deren Kindergeige lernen, können ein Lied dafür sehen. Wir Schellisten haben es da etwas leichter, denn man sagt unserer tieferen Tonlage nach, dass sie der menschlichen Stimme am nächsten sei. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020